Abzgehen und der muss dir dann wieder alle Zähne rausnehmen. Nächste Woche habe ich Termin, dann kann er es wieder rausnehmen. Okay, und das war auch noch ein ADAC-Backrider, wird ja immer besser. K.O.TV ist hier ziemlich stark verdreht. Ja, Harrezer meine ich. Ja, K.O.TV, hallo, das ist LaLama auf Average. Ja, K.O.TV, hallo, das ist ja nicht. Mal zusammen, das geht ja gar nicht. K.O.TV, hallo, das macht er. Also, das ist nicht Dark, es ist Raffly. Warum kann er unsere Server gucken? Ich weiß nicht, der stellt die ganze TS-Kartung. Das ist doch Server-Apmä. Nicht nur uns, sondern der stellt gerade alles umbaut. Ohne wisse, dass wir die Schlammer atmen. 0,25er K.D. Wer ist Server-Apmä? Raffly. Echt? Ja. Ne, und echt. Ne, total auch nicht. Ich bin nur Esther-Roth. Ja, das kann ich guterlich sehen. Der hat es, das Server hat mir das gefickt. Die miese Hacker. Boah, Alter, jetzt tötest du einen und dann stehen zehn Leute drumrum. Den? Also, ich habe ja gar nicht 1,6er K.D. Voto. Ja, 0,3er Mann. Oh Mann, bist du schlecht, ey. Ja, ich weiß. Markus, irgendwie habe ich jetzt ja dann nach meinem Panzer hier wieder Lust, so eine Runde Harry zu machen. Ja, ich habe auch noch Roadkills. Ich war gerade in der Schlacht hier, glaube ich, schwierig. Weil die Schlacht ziemlich abgefuckt für Roadkills ist. Das ist ein paar viele Berge, ne, ne. Schon wieder werde ich geschossen. Ja, und das ist ein paar Infanteristen, ne, das ist das Schwert, das wird in der Loskills noch ein bisschen mehr wie Berge. Alter, jetzt klitscht da ein anderer Leitling über mich drüber. Was ist das denn? Kriegst du? Black kriegst du da, aber... Neun. Was für ein Black? Zahn Black oder eher so? Ja, Black, Zeine auf der Blatt. Auf den Zähnen, echt? Na, das ist natürlich nicht so gut. Weil da musst du wieder zum Zahnarzt gehen und der muss dir dann wieder alle Zähne rausnehmen. Nicht so hoch habe ich Termine, dann kannst du wieder alle rausnehmen. Alter, 414, wie schlecht. So schlecht war ich schon lange nicht mehr. Irgendjemand ist gerade neben mir, explodiert er von vom Auroxium C4. Zum Glück hast du nicht mich erwischt. Das nennt man Teamplay. Einer opfert sich für die anderen. Oh, oh, Blink-Rakete. Schau mal, ich renne... Na, warum renne ich auch da rein? Steht schon wieder irgendjemand hinter mir, das ist doch asozial. Warum stehen die mal hinter einen, wenn man Panzer fährt? Oh, schon wieder 2400 für ein Verdienstabzeichen verdient. Nix, ich kriege mal mehr Punkte, ich sterbe instant. Gut, oder? Ja, gut. Nö. Wirst du vielleicht mal drüber nachdenken, mir ein paar mehr Punkte zu machen? Ich glaube, das ist unterhaltsamer. Ich bin schon wieder tot. Da ist ein McRider rechts von mir. Und wieder tot. Da oben auf dem Berg war der, okay. Aber, aber... Aber dies war vom eigenen C4. Alter, ich bin hier, was hinter mir. Von Zykel? Also wenn N7 mal Panzer fahren lernen würde, dann würde ich auch viel mehr reißen können. Okay. So, endlich bin ich mal aus dem Eck hier raus. Wow, was schenkt mir ja zu hart, ey, das ist doch schon wieder irgendeine Anti... Tick weg von den... Oh, Misha heißt es, Misha. 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 wieder so dass wir über eine Mine gelaufen also Leute die Aufnahme ist nicht sehr unterhaltsam die ersten paar Minuten verbessern um auch ich bin die Katrin unterhaltsam ich krieg nichts ich krieg nichts geschickt oaah auch Axiom C4 jetzt hab ich einen wiederbelebt der in der Explosion aufgestanden ist und mich wiederbelebt ja endlich einen mal getötet oh 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 jetzt pushen die Warnung unter den Keller zweiter getötet das kann man ja fast schon eine Road nennen der Roadmap auch Falko Mino 7 holt nicht wieder schon wieder tot rennst du auch in eine Granate rein Samrex hat mich nur getötet vom Foto steh auf das ist ein Third für mich ah ne ist es nicht weil es ein Verbündeter war dann sollte ich dich doch nicht wiederbeleben aber das war ein weiter ja auch Axiom C4 aber es hat irgendwie keinen getötet obwohl es in unserer Mitte explodiert ist jetzt war 6 jetzt ist jetzt echt 1000 Punkte ich sag ja einfach fahrrad ich mach pro Wiederbelegung einen Third-Punkt einfach ja ich bin immer noch bei einer 107 weil ich einfach nicht angreifst und die ganze Zeit nur wiederbeleben bin weil ich keine Zeit habe um eine Waffe in die Hand zu nehmen dauernd am Heilen bin das ist so ein Teamplayer bin ich das ist halt ne Rakete ja aber so richtig ich starte und dann fliege ich gegen den Mond und explodiere wieder in Quill starte immer fliege gegen den Mond und explodiere gut weißt du das ist so mein Alltag Alter wer schießt jetzt mit einer Schott hier auf mich? aus dem Max wird schon wieder benötet da muss ich das nicht machen aber jetzt ist wieder Nacht und man sieht die Waren uns so scheiße ach Gott äh da unten ist Darkdown wow Maula ich hab ja auch wieder 2000 Punkte Alter jetzt krieg ich übelst Punkte ich hab zwei Verdienstabzeichen ein Kill 5000 Punkte jawoll Aua das war ein Panzer ja ich hab trotzdem ne 27 ich hab einfach wieder 4000 nix hier gemacht in einer Runde und ne 1,3 AKD immer noch weil ich nur einen Kill gemacht hab auf den Tod ist traurig nur ein Kill in einem Leben ist das schon oh oh ja doch zündet doch das scheiß C4 natürlich zündet das C4 nicht WAS ey warum sterben die nicht man scheiß Pwamos das langweilt mich wieder ey also keine Chance wenn die einfach mit ihren scheiß oder ein Wanderer mit Schöchern und sagt 4 Kaustorf einmal oder so was für mich um das das Spiel wird hier wieder wieder ich denke nur so okay jetzt ist der Kupera auch C3 daneben schießende 13 mitgriffen ist dann auch passiert Nachdauer soll es sind wird um ich heiz 1 beijing zurzeit Marcel sich glaube ich habe ja ich habe ich habe ich glaube ich mach ich nicht aber ich bin Prozent das wird die Sohn Scheißspiel und er mich für viele die Uhr also dann ist nicht lustig heute wird so wollen wir den Sander aus Schatten von das sind drei Prozent die Sander okay dann fliege ich jetzt damit leichter und Schottgang da nach oben und versucht Kills zu machen bringt auch nicht viel ein Abitur der Zeit doch das geht schon du musst dich nur konzentrieren ja du bist eine Max mit der Schulter reinhauen die im Norden die EMT werfen läuft da auch wenig TP hin das ist so ein mongol